Hallo meine Lieben, in meiner Verkleidung heiße ich euch willkommen und heute geht es um Fire Emblem Echo Shadows of Valenia. Sehr interessant, dass dieses Spiel eigentlich von mir überhaupt nicht auf dem Rand, da irgendwie wahrgenommen wurde. Ich habe lange Zeit mich gar nicht so richtig darum gekümmert, was kommt eigentlich so raus, vor allem im 3DS hatte ich schon wirklich fast vergessen. Und dann gehe ich auf einmal so in den Laden, gucke so, okay, was kann man sich vielleicht mal holen. Und da ich ja Fire Emblem Awakening liebe und Fire Emblem Fates auch so richtig gut fand, war ich überrascht, dass so still und heimlich, ohne dass ich es mitbekommen hatte, ein neues Fire Emblem rausgekommen ist. Also habe ich das Ding natürlich gesehen, habe mir um die Special Edition gar keine Gedanken gemacht, habe es mir einfach gekauft, einfach mal gespielt und war am Anfang skeptisch. Aber, was ist das überhaupt für ein Spiel und wie fange ich das? Ich würde sagen, das nehmen wir dann nach dem Intro. Also gleich vorweg, das, was ja die meisten wohl auch schon wussten, Shadows of Valenia ist ein Remake von Fire Emblem Gaiden. Fire Emblem Gaiden ist das zweite Spiel der ganzen Reihe, ein uraltes Spiel und an diesem Spiel hat sich dieses Remake auch tatsächlich orientiert. Es hat das Ganze natürlich in ein wunderschönes neues Gewand irgendwie geflochten, mit diesen wunderschön animierten Cutscenes mit Sprachausgabe. Es hat tatsächlich noch viel mehr Sprachausgabe als die bisherigen Fire Emblem Teile. Damit meine ich, dass halt nicht nur die Haupt-Cutscenes mit Sprache unterlegt sind, sondern alle Unterhaltungen, alle kleinen Skits, alle Cut-Cutscenes, alles haben sie mit Sprachausgabe unterlegt. Das zum einen habe ich schon mal sehr genossen und generell ist die ganze Präsentation von diesem Spiel wirklich allererste Sahne. Ich spiele selten in 3D. Meistens ist es ein bisschen nervig, dass man den 3D erst gerade halten muss und es ist ein bisschen anstrengend. Aber bei diesem Spiel sieht das 3D so schön aus. Ich habe einfach die ganze räumliche Tiefe genossen. Es sieht einfach so viel besser, so viel imposanter aus. Sowohl in den Kämpfen als auch in den Cut-Cutscenes hat mir wirklich sehr gut gefallen. Hinzu kommt, dass die Musik auch wie bei den anderen Teilen wunderschön ist. Sehr tolle Ohrwürmer dabei, aber auch sehr emotionale Lieder, die das Spiel einfach perfekt begleiten. Und das Ganze führt einfach zu einer perfekten Präsentation dieses Spiels und einfach eine Umgestaltung von diesem alten NES-Spiel, wie man sie eigentlich kaum besser hätte machen können. Aber Fire Emblem hat hier noch viel mehr zu bieten, als einfach nur die Präsentation genial zu machen. Denn, um es vielleicht vorwegzunehmen, ich finde, dass Fire Emblem Shadows of Valentia vielleicht eines der besten Remakes ist, das ich je so in die Griffel bekommen habe. Aber bevor wir uns dann um diese Feinheiten und das Gameplay kümmern, einmal kurz, worum geht es denn hier in Fire Emblem Echoes? Also, du spielst hier eigentlich zwei Hauptcharaktere, einmal Arm und Celica. Und am Anfang ist es so, dass du ein bisschen die Kindheit der beiden siehst. Das ist zum Beispiel etwas, was es vorher im Original überhaupt nicht gab. Sie haben generell sehr, sehr viel hier bei diesem Remake verändert. Es gibt exklusive Charaktere, die es vorher überhaupt nicht gab in Ninja-Guiden. Ninja-Guiden, ja, in Fire Emblem-Guiden, wovon ich gar nichts wusste, weil die Charaktere, die sind eigentlich hier in dieser Story so wichtig und so gut mit eingebracht, dass ich mir gar nicht vorstellen kann, wie das war ohne diese Charaktere. Naja, jedenfalls erfährst du hier ein bisschen was von der Kindheit, wie die Charaktere sich so kennengelernt haben, wie sie ihre Jugend zusammen verbracht haben, wie die Beziehungen zueinander sind. Und dann gibt es halt diesen Zeitsprung und nach diesem Zeitsprung ist es so, dass halt Celica in eine andere Abtei gebracht wurde, aus gewissen Gründen, weil, ne, muss ich ja nicht alles verraten. Und da hat sie jetzt halt praktisch ganz andere Freunde um sich, so ein paar Heilerinnen, so ein paar Kollegen praktisch aus ihrer Abtei. Und Arm ist in seinem Dorf geblieben und mit seinen alten Freunden. Und dann kommt eins zum anderen und es ist da praktisch ein Bund, ein freier Bund, der da praktisch gegen das Königreich irgendwie angehen möchte, was das, also praktisch das ganze Volk nicht mehr wirklich gut unterhält. Und die rebellieren dagegen und wollen halt für das Volk halt irgendwie alles wieder zurechtbiegen und einem schließt sich den ganzen an und zieht dann mit ihnen los und lernt so ein bisschen das Kämpfen. Natürlich kommt da so eins zum anderen, dass da sehr interessante Hintergründe zu diesen beiden Charakteren, zu Arm und zu Celica, die aus ihren ganz eigenen Gründen loszieht. Und natürlich passiert da sehr, sehr viel, was ich hier aber auch nicht verraten möchte. Denn das Spiel fängt recht früh damit an, sehr interessante Beziehungen und sehr interessante Hintergrundgeschichten aufzubauen, die dann natürlich im Verlauf des Spiels immer interessanter werden und tatsächlich auch sehr gut gestrickt sind in diesem Spiel. Es ist nicht so, dass hier tausendmal irgendwie ein neuer Twist auf einen wartet und das Ganze wieder irgendwie aus einem neuen Gesicht. Das Spiel behält die Story eigentlich sehr geradlinig bei, bringt aber immer wieder kleine interessante Charaktere ein, kleine interessante Neuerungen, die auf jeden Fall immer dazu führen, dass das Ganze sehr interessant bleibt. Und wie gesagt, mit allem spielst du einen Strang, dann mit Celica und dann ist es so, dass du die beiden tatsächlich sogar parallel zueinander spielen kannst und das fand ich sehr interessant. Aber das ist tatsächlich auch so eigentlich die einzige Freiheit, die einem in diesem Spiel gegeben wird. Denn Fire Emblem Echoes geht einen sehr, sehr anderen Weg als Fire Emblem Awakening oder Fire Emblem Fates. Es sind halt viele Dinge, die vom Original, vom Gameplay her so übernommen wurden, die uns dann praktisch, also was heißt uns, die mir halt vor allem gefehlt haben, weil ich halt sehr Fire Emblem Awakening und Fates halt lieben gelernt habe. Und ich muss dazu sagen, dass ich davor zwar irgendwann mal Fire Emblem Path of Radiance gespielt habe, aber auch nicht so krass tief und davor hatte ich Fire Emblem nie so auf dem Zettel. Das heißt, einfach diese kontinuierliche Entwicklung, die die ganzen Spiele mit sich gebracht haben, es kam ja immer irgendwie eine Neuerung dazu, die habe ich so gar nicht erlebt, sondern ich habe gleich mit Fire Emblem Awakening irgendwie begonnen und jetzt fehlten mir halt viele, viele Features, die ich so lieben gelernt habe. Zum Beispiel kannst du hier keine Beziehung wirklich zueinander aufbauen. Es gibt zwar zwischen den ganzen Charakteren Unterhaltung und Skiz, aber es ist hier vorbestimmt, welcher Charakter wen hier liebt und wer zu welchem Charakter eine etwas tiefere Beziehung aufbauen kann. Und zwar sind die Unterhaltungen hier total interessant und cool und spiegeln die Charaktere und die Beziehung zueinander total toll wieder. Ich habe die Skiz genauso genossen wie zuvor, aber gerade dieses eigene Beziehung aufbauen und dadurch halt auch praktisch bestimmen, wer macht welche Kinder und die Kinder praktisch ja dann auch wieder selbst bestimmen und zu gucken, welche Kinder können dann welche Fähigkeiten erlernen und vor allem hast du hier kaum Möglichkeiten, die Klassen der Charaktere zu beeinflussen. Es gibt ein paar Charaktere, wenige Charaktere, wo du praktisch den Weg vorbestimmen kannst, an welche Charaktere es dann wirklich spielen gehen wird und du kannst halt die Fähigkeiten und die Klassen dieser Charaktere nicht wirklich beeinflussen. Ich glaube, es gab drei Charaktere, wo du halt am Anfang einen Weg wählen kannst, wo es hier eine Klasse gibt oder hier eine andere Klasse. Ansonsten sind die Klassen halt alle vorbestimmt. Du kannst sie dann zwar weiterentwickeln, aber du kannst hier halt nicht so diese verschiedenen Wege gehen. Und das fand ich halt sehr, sehr schade, weil es sehr viel Spaß gemacht hat, halt zu gucken, okay, ich habe hier jetzt so viele verschiedene Klassen und ich probiere mal die Klasse mit der Klasse und probiere hier mal ein bisschen aus und deshalb hat das Spiel auch so viel Spaß gemacht, immer wieder zu spielen. Und da gibt es halt viele Sachen, die man hier nicht wirklich machen konnte. Auch konntest du hier nicht so wirklich frei auf dieser Welt, du konntest frei auf den Welten umhergehen, aber im Großen und Ganzen ging es immer nur ziemlich gerade aus. Und hier diese ganzen kleinen Nebenmissionen von Awakening und Fates, das hat mir hier so ein bisschen gefehlt. Dann gibt es dir halt zum Beispiel dieses Waffendreieck nicht mehr und generell hattest du immer nur eine Waffe irgendwie dabei, beziehungsweise du konntest nur ein Item tragen und wenn dieses Item eine Waffe war, gab es dir Angriff-Boni dazu. Aber halt dieses ganze Waffen-Upgraden und Waffen-Sammeln und Waffen- und Klassen-Items und sowas zu bekommen, das gab es dann alles nicht mehr. Es war halt sehr geratlinig, sehr linea und das hat mich am Anfang halt sehr gestört, weil mir da wie gesagt viel gefehlt hat. Dann aber merkt man so langsam, dass das Ganze auch seinen Reiz hat. Und hier kommt so praktisch dieses Mystic Quest-Phänomen irgendwie zu greifen. Mystic Quest war ja dieses Rollenspiel von Square Enix, was halt viel, viel schlechter war als die ganzen anderen Rollenspiele, die man damals so kannte. Und schlechter in dem Sinne, es war grafisch schlechter. Es war musikalisch ein Meisterwerk, aber vom Storytelling her und von den Freiheiten her total lächerlich eigentlich. Aber dadurch spielte es sich halt super schnell und dieses ganze Grinden war nicht da. Elendig lange Cutscenes waren nicht da und dadurch spielte es sich einfach flüssiger und irgendwie spaßiger, wenn man so wollte. Und das ist hier halt auch so. Das Spiel spielt sich wesentlich schneller als die Vorgänger. Man wird viel schneller von Story zu Story geschickt und bekommt deshalb viel mehr halt die Story so ein bisschen vermittelt. Man muss in diesem Spiel auch nicht wirklich viel grinden. Da es zwar ein paar Missionen gibt, die frustrieren sind, aber im Großen und Ganzen ist das Spiel einfacher als die Vorgänger. Es gibt da natürlich Sachen, die mich sehr gestört haben. Zum Beispiel ist das die Gestaltung der Mission. Aber ich weiß halt nicht, da hatten sie wahrscheinlich auch nicht viele... Sie konnten jetzt ja nicht die Mission so enorm krass umändern. Irgendwo muss man hier natürlich auch ein bisschen bei den Wurzeln vom Original bleiben. Es ist trotzdem etwas, was mich gestört hat, was halt die Vorgänger sehr viel besser gemacht haben. Es ist halt hier wirklich so, dass du ganz, ganz oft einfach nur in riesigen, großen Arealen irgendwie kämpfst gegen Gegner, die dann alle auf dich zustürmen. Und es gibt halt ganz, ganz selten mal irgendwelche Maps, wo du wirklich taktisch vorangehen musstest. Und gerade wenn man versucht, den Classic-Modus zu spielen, also dass deine Einheiten, die sterben, auch tot bleiben, dann ist es doch sehr frustrierend, wenn dann auf einmal irgendwelche Reiter von irgendwo angestürmt kommen. Und gerade diese Bogenreiter, die haben ja eine Reichweite, die ist ja unter Gottes Gnaden, das ist ja abartig. Und die schießen dann deine ganzen Heilheimer wieder tot. Und das ist halt ein Problem, was Fire Emblem immer schon hatte, was sie hier auch nicht gelöst haben. Ich warte ja immer nochmal auf ein Fire Emblem, wo die Charaktere auch wirklich, wirklich intelligent spielen. Und nicht einfach nur wie die Bekloppten irren auf deine schwächsten Einheiten, beziehungsweise deine Heiler losstürmen. Die Todmetzeln. Die Gegner verlieren auf jeden Fall deswegen die Schlacht, weil sie gerade scheiße spielen. Aber deine Einheit ist tot. Und die bleibt dann ja auch tot. Und das ist kacke. Also startest du die Mission natürlich neu. Und das ist etwas, was mich wirklich, wirklich nervt. Und solange sie das nicht mal irgendwie umändern, werde ich auch nie den Schwermodus ausprobieren in den Fire Emblem spielen. Weil selbst im Normalmodus war es so, die zerficken deine Einheiten einfach ohne Ende. Und das ist einfach nur nervig. Und gerade wenn du dann, wie gesagt, in großen Arealen, in weiten Arealen spielst, wo es keine Deckung gibt, keinen Schutz, keine Taktik irgendwie, sondern alle auf dich losknallen, dann hast du eigentlich immer nur gleich gespielt. Du hast die Leute hinter deinen starken Verteidigungseinheiten versteckt, hast von hinten mit Bogenschützen und mit Magiern geballert und irgendwann hattest du raus, dass die stärkste Einheit im Spiel die Bogenschützenreiter sind. Hast die einfach aufgelevelt und hast mit deinen Bogenschützenreitern einfach komplett alleine die ganze Map gespielt. So lief es dann eigentlich irgendwann. Naja. Ich meine, das sind Sachen, die haben dann schon ein bisschen das Spielgefühl so ein bisschen beeinflusst. Aber das Spiel hat halt auch große Stärken. Und die große Stärke in diesem Spiel ist auf jeden Fall die Story und die Charaktere, die halt so toll eingebracht werden. Dieses Spiel hat auf jeden Fall sehr, sehr tolle Charaktere. Es ist kein Awakening, kein Fates. Aber man muss ja nicht auch immer so gut sein wie diese beiden Dinge. Und gerade in Bezug darauf, dass es halt ein Remake ist von diesem alten Ding, bin ich immer noch ziemlich beeindruckt, wie gut sie dieses Remake umgesetzt haben. Und ich glaube, das soll es dann aber auch schon gewesen sein. Das meiste, gerade was das Gameplay angeht, wenn man jetzt immer noch nicht so wirklich weiß, wie die Fire Emblem-Reihe sich spielt, dann guckt euch das gerne mal an. Aber ich denke mal, das meiste wird einfach, da habe ich, was ich ja auch nebenbei gerade gezeigt habe, an Gameplay-Material eigentlich ziemlich gut erklärt. Es ist halt ein taktisches Rollenspiel. Und dieses Spiel bietet halt im Vergleich zu den beiden Teilen, die da vorgekommen sind, weniger Story, aber trotzdem eine sehr tolle Story, weniger Charakterentwicklung, aber trotzdem eine sehr schöne vorgeschriebene Charakterentwicklung. Nicht so viele Charaktere, aber dafür sehr tolle und sehr intensiv gezeichnete Charaktere und eine wirklich tolle Beziehung zueinander, die mich sehr gepackt hat. Auch sehr interessante Bösewichte übrigens, was mir sehr wichtig ist, sehr tolle Bösewichte. Dieses Spiel bietet auch eine wunderschöne Musik, eine Präsentation, die seinesgleichen sucht und tatsächlich in diesem Punkt seine Vorgänger, also die Vorgänger meine ich hier Awakening und Fates, in die Tasche steckt. Sieht irre gut aus, das Spiel und gerade durch die Musik unglaublich toll gemacht, das Spiel. Aber es fehlen natürlich auch viele Features, so wie diese Charakterentwicklung, wie die Beziehung zueinander, wie das Kinder machen, auch wenn das immer so bekloppt klingt. Und vor allem, was mich am meisten gestört hat, dass du die Klassen nicht wirklich auswenden konntest. Kaum die Charaktere irgendwie mit Items oder Waffen an dich selber irgendwie personalisieren konntest und dass du die Klassenauswahl halt so unglaublich restriktiert hattest, das hat mich schon sehr gestört. Ich habe das Spiel trotzdem sehr genossen. Ich hatte sehr viel Spaß mit Fire Emblem Echoes und ich sage es nochmal, bin sehr beeindruckt, was man aus diesem alten Spiel rausgeholt hat. Eines der besten Remakes, dass ich je irgendwie in die Griffel bekommen habe. Ich freue mich sehr, wenn sie weitere Remakes von den alten Teilen machen, auf diese gute Art. Denn ich habe auch mal Shadow Dragon gespielt, das Remake vom allerersten Fire Emblem auf dem DS. Hat mir überhaupt nicht gefallen, weil auch von ganz vielen hat mir das halt überhaupt nicht gefallen. Weil das hier, ein Remake in dieser Form, ist nochmal eine ganz andere Nummer, als das, was sie auf dem DS abgezogen haben. Und wenn sie das in so einer brillanten Form nochmal machen, dann gerne mehr Remakes. Von mir aus sehr, sehr gerne. Aber ich freue mich natürlich auch auf einen neuen Fire Emblem Teil. Und Leute, ich würde sagen, das war's. Ich hoffe, diese Review hat euch gefallen. Hat euch Fire Emblem Echoes gefallen? Habt ihr das schon gespielt? Wenn ja, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wenn nein, warum noch nicht gespielt? Habt ihr nicht so Bock auf Fire Emblem? Oder habt ihr Angst, dass euch gerade diese fehlenden Features so ein bisschen abtüren werden? Manchmal ist es auch das Fehlen von Features, die zu einem etwas zu geringem, entspannteren Gameplay führen können. Überlegt es euch mal. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Video. Euer Tim sagt Tschüss. Bis zum nächsten Mal.